Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fucking Dead Island Redside. Ja und zwar wir haben jetzt alles schön vorbereitet mit Sprengfallen, Zäunen, Garstingans und 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 da ja dann noch zwei Miniguns und natürlich unterstützen werden mich dann auch Dante und Lukas080. Hallo! Jawohl! Wir klauen aber doch mal mit dem. Zum Wohl wohl eher. So, standhafte Verteidigung. Halte die Stellung gegen die Horde. Oh, Schwierigkeitsgrad 5 von 5, EXP 5 von 5 und als Belohnung gibt es eine Pistole. Oh. Noch eine Pistole, ich hab wohl viele. Ja, da ist eine Hand. Oh Gott, jetzt. Erstmal weg. Lukas, komm hoch. Ab an die Miniguns. Scheiße, neben. Ja. Ab an die Miniguns. Kann man die benutzen überhaupt? Halten zum Abbau. Ah, benutzen. Ah, geil. So, also ich bin schonmal. Oh. Ja. Da sollen die ruhig kommen, die Lappen. Ihr macht bam, 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 ey. Ich seh's schon kommen. Die sind alle tot. Glaub ich auch, ey. Wasserspiegel. Woeee, die explosionsieren. Woeee. Die explodieren, Alter, geil. Hahahaha. Woa. Überall explodiert's. Hahaha. Woa. Ich deutsch, glaub gar nix mehr we artwork, ey. Waao. Gut, dass von hinten noch nix kommt. Alter, ich seit hier. gold colour wen ich aber nicht. das wird so sagen oh scheiße lukas ich brauche ich brauche mal linkshilfe also ich kann gerade nicht meine minigun ist überhitzt oh jetzt geht es wieder weg da kann ich dich eigentlich warte ich komme runter nee passt schon na wieso du musst da musst du nicht so viel gute zahlen ach das kann wohl leben diese 5000er ja vorne rum ich kann euch auch kein geld egal ich hab schnell was verkauft lass mich mal warte es nicht mit indigan und dann schön gegen das festchen so er sagt doch ich kann aushängen hier links sind noch welche oh gott hab ich gar nicht gesehen also lukas hat da noch ordentlich was liegen und dann aber mir ist da ist irgendwo noch ein also bei mir sind tot und das gut dann schmeiße ich den jetzt hinten hin oder es gibt noch zwei ich gehe mal raus kurz ja ey wir können wieder sprengen mitnehmen leg die mal hin also lukas glaube ich hier sind eigentlich kaum welche gekommen oh das ist ein starker fuck wo denn ok hab 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 ich komm rein ich mach wieder dicht mach zu mach zu mach zu ok ist dicht jo meins ist auch dicht ich hab nochmal sprengmenie hingelegt ja was von hinten die kommt von hinten alter wir können die weniger umstellen glaube ich wenn ihr gedrückt haltet nein wir sind fertig wir hier können die äh hier die belohung abholen starker spalthammer ne die kommt von hinten alter ja jetzt kommen sie von hinten scheiße ich stell die mal schnell um hier ooooh fuck lukas alter alter scheiße lalalala ooooh so wer will ja ähm ich stell mal hier hin oder wo bist du oben wo ist die andere oh die ist schon leer die war ja schon alle ne scheiße die ist alle die ist alle ach du scheiße hast du noch schusswaffen dabei ich hab jetzt gerade gar keine mitscheiße ich hab keine schusswaffen aber ich kann ich hab noch granaten meine ist auch leer so schmeiß die granaten jungs jawan oh ihr elenden kreaturen ich hab noch keinen schaden gekriegt geil alter weißt du schön ist einfach mal molly in die menge ja stimmt kommen auch noch viele scheiße ich glaube den einzaun müssen wir hier mal ein bisschen neu machen tante ja hältst du mal deckung hier bei dem einzaun moment ich baller da erstmal alles zu oh scheiße gehen wir gleich einfach weg Lukas Achtung Lukas mach mal weg ich hole den neuen Zaun der hat durchgekommen alter wie sieht die denn aus oh da ist ein dicker ach pass auf pass auf pass auf pass auf ich heile dich Geranimo schnell weg hier oder range modus ach bei dem noch nicht hier hier ich hab den doch schon ach so ich hab jetzt gedacht da wär noch der dicke gewesen den hab ich mit einem schlag weg gemacht aber es war ja weg eure vorarbeit ja dann kommt noch mehr oh schnell den Zaun zu und dann ja hab ich schon haben wir noch irgendwo ein paar fässer rumliegen äh springdinger hätten wir eigentlich warte mal oben oben konnte ich mir noch mal welche holen obwohl ich leg noch nicht ich hab noch welche ich leg noch mal welche hin wegen der sicherheit boah ich kann noch mal welche holen echt? immer ja ich konnte wieder welche holen gleich nochmal hinlegen da welche scheiße das war falsch ey kann man die auch werfen oder oh hier liegen sogar noch welche rum das ist cool scheiße und da war's das oh fuck alter ich bin tot scheiße ich brauch irgendwie ja ich rette dich geil ey danke schnell weg hier den Zaun mach ich mal neu hier was hab ich gemacht? wieder auf nein ah scheiße hilft mir mal jemand? oh scheiße ey ich bin glaub Beschäftig im Moment oder nicht ne jetzt bin ich hier tot ok jetzt war's boah ich kann damit nicht durch den Zaun hauen scheiße aah hier ist auch wieder tot alter ich müsste abbauen boah boah junge alter junge ich bin umzingelt alter hier ist kein Zaun mehr hoch du scheiße egal machen wir was anders so Zaun hab ich hier wieder bei der rechten wieder vor rein gemacht boah ich mich wieder tot was alter ich auch scheiß Sprengminen nein so viel Kohle wieder versaut ey wenn die ein bisschen scheiß positioniert glauben bist du zu weit drinnen wa? ne das hör ich auch öfters ey wow 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 alter ich bin nicht so auf dem Pelle hier lukas stopp lukas lasst uns Sprengminen oh fuck 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 scheiße sind die schon drinnen ey ja zur einen Seite ja oh das ist ein dicker dicker sind die auch oben oder was? was ist das denn alter? da ist auch ein lilaner ja ich bin doch bei dem ey ach du scheiße das ist aber warum scheiße durchgeknallter Mau ich hab ne Sprengen eine Sprengen ich falle schon mal hingelegt ey der durchgeknallte Mau Jungs was ist denn das für ein Held? wow fuck alter aber ich hab nix abgezogen bekommen das war nur die Rückenwelle halt so eine miserable Scheiße ey komm ich hab da jetzt bestimmt schon 7,8, 9,000 davon das ist der letzte Gegner ich hole jetzt nur noch auf Rage-Modus alle und Bäm er ist in Beine das Saunet die Hand ja er ist der Westdorf ja was ist das denn? Barfes oder Bears hm Alter die Sprengmieten hätte man glaubt draußen verlegen müssen boah zu viel XP alter ich repariere erstmal schnell was verkaufen hier wohl nur 4% verloren das geht auch noch um mein Geld ja toll Geld ist jetzt auch fürcht bei mir ich hab jetzt nur noch 200 ah ne 200.000 so ich hab mir aufzuhören ja das ist ja cool ja was machen wir denn da für einen Aufstieg hier Cash-Strafe ja komm scheiß mal drauf hmmm Schlösser nee Blutungs- und Vergiftungsschern das wärs der oder? oh ja dass die verbluten Blutungsdauer ja ja also so ja geh mal hier rein ins Motor das war nochmal Action oh ja aber eigentlich werden wir werden wir gar nicht verreckt aber naja naja die sprengen wie ihn naja naja haha so was haben wir jetzt da bekommen? die sehe ich grad auch nicht achso ok die Pistole haben wir oh ich hab endlich meine erste Pistole und soll ich mit dem reden? ich rede mal mit dem ja ok ich bin kurz von dem Lager und die Entrance ist offen ok dann ich gehe in bleib dran bleib dran bleib dran bleib dran wir wissen nicht was da drin ist also bemerkbar bleib dran bleib dran ich werde dir wissen ob ich einen Weg finden gute Glück ähm ja die Tunnel hä eigentlich heißt doch der Tunnel naja gut bereit runter in den Tunnel zu gehen ha natürlich Schwierigkeitsgrad 5 von 5 EXP 5 von 5 und als Belohnung kriegen wir eine mordsmäßige blaue Schrotflinte äh der 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 Schaden ist sehr hoch ja ey ich hab alles verballert ey granaten alles weg würde ich sagen gehen wir runter ne warte mal der lauter noch gibt ein upgrade verfügbar aufstieg und dann geh ich nochmal zur Werkstatt äh zur Werkbank ich hab mir noch irgendwo ne Belohnung gesehen ne ne da mach ich nochmal Blutungsdauer wo ist denn das ja das ist doch geil ich ich riskier mal einen kleinen Blick rein ja ganz leise mhm oh sieht schön aus mhm ist ja schon richtig verrägern ähm äh Lukas wie wie sind wir jetzt von der Zeit her so äh komm ne ist erst die Hälfte von unserer normalen Länge äh ok gut dann gehen wir mal rein ja joa geh mal rein geh mal rein geh mal rein nur zu ha gib ihn so warte ich bin wieder die menschliche Fackel aber okay ja sind nur alle da ja Kapitel 6 Abstieg Abstieg Pfff Hier ist Wasser überall Hallo this might have been a bad idea ähm muss ich jetzt die Fackel sein die menschliche ja fuck I need some light die bringen aber ordentlich was ne Stella das war bestimmt alle die Reckeln wenn sie用iert haben siehst du was sie finden Okay, ich habe einen Kontrollstuhl gefunden und da ist ein Generator hier. Ich werde sehen, ob es beginnt wird. Gut, jetzt kann ich sehen, wo ich gehe. Komm schon, du Scheiße! Die Erwärtslichten sind auf, Harlow. Die Hauptlichten sind noch weg. Trevor sagt, dass es die Erwärtslichten sind und möglicherweise eine Erwärtslichten sind. Du solltest schauen. Hallo, bist du da? Ja, das sind doch die Zombies, die Fehlfunktion. Geht's immer schön rauf, 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 immer schön die Treppe rauf und dann geht's zum Tunnel. Kennt ihr das? Nein. So, Leute, zum ersten Mal kann ich mit einer Pistole schießen. 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 So, das muss ich nicht mehr hier. Wasser, wie ich die Richtlinie mache. Die Stemz-Tunnel und die Erwärtslichten sind. Vorurteilung. Oder kommt Zombies? Da vorne. Wo ist noch Fackeln, ey? Da fackeln jede Schlange. Das ist ja schön. Aber was ich seit dem ersten Teil ein bisschen scheiße finde, ist, dass wenn man was aufhebt, das sofort austauscht. Ja. Da kann ich einfach Kerzen gerade in die Luft kotzen. Kerzen gerade? Ja, Kerzen gerade. Ja, von wem hat er das wohl, hä? Äh, es stand in der Zeit. Oh, oh, oh. Wollen wir nicht mal hier ein bisschen rumgucken, oder müssen wir den direkten Weg gehen? Da ist noch so eine neben. Da ist so eine neben. Da ist so eine Fahne. Da ist so eine Steinefahne, die du jetzt schon hast, aber... Du, die Fahne habe ich heute heute Abend. Da ist dieser Kester gesagt, dass wir diese Proben besorgen müssen. Können Sie mich hören? Hier, hier, hier. Diese Tunnel sind überall auf unserer Radio-Signal. Oh, den habe ich noch gar nicht. Was über die Chemikalien? Mittelalter, Mann. Lukas, komm mal her. Ach, du bist schon da? Ja, was müssen wir hier machen? Die Blume haben. Ich denke auch, dass wir irgendwas mit der Blume machen müssen. Ach, Quatsch, wir müssen da lang, Alter. Das habt ihr geraucht. Mit einer Blumen? Sag mal. Ja, aber wir können noch mal, ähm, so ein bisschen so abseits des Weges. Muss noch nicht mal da lang. Sag mal, ich sehe nichts. Meine Taschenlamp ist leer. Warte, nee, ich kann mal so machen hier. So besser? Ja. Auf X, ne. Auf X könnt ihr direkt die Fackeln werfen. Da liegt noch einer. Ach. Kleber habe ich gefunden. Deo-Bombe. Oh, geil. Oh, jetzt hast du wieder die Waffe ausgetauscht. Da ist nichts mehr. Ja, ja. Ja, ja. Ach, da ist auch rumzuschreien, ey. Haha. Oh, jetzt noch Fackeln? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich war auch noch ein Bischof. Ach, ach, das ist- Oh, sorry. Ne, ach, egal. Pass. Ich dachte, das ist teilt. Oh, hier, hm, wo geht's so lang? Hm? Ich hab noch 16. Oh, ist nie die Tür! Geh in diesen Weg. Ich muss eine andere Route finden. Boah, Strom, Feuer. Und Gift noch. So, jetzt sind wir komplett. Oh, hier ist ja noch einer. Die Tür ist mal offen. Was gibt's denn hier Schönes? Schläuche. Ich repariere erstmal ein bisschen, ne? Schwere Hammer, Batterien gibt's hier, Elektroschrott. Was ist mit mir? Finden Sie mich dick oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Geh doch mal zur Seite, Mann! Was ist denn hier? Dante, komm, los! Los, Dante! Mann, immer bist du der Letzte. Ne. Da lebt noch einer. Hä, wo? Was ihr mal fucking braucht, ey? Ich zünd' die einfach an. Ihr müsst doch erstmal dieses Strom-Ding benutzen, Lukas. Geh doch mal aus dem Weg hier, verdammte Scheiß! Ich mach doch ja nix! Geh doch mal weg! Oh, oh, was ist denn hier? Ich hab ja dieses rumgeschubbt. Oh, was ist denn hier? Alter, geh mal aus dem Weg dein Weg nach! Oh, warte, was ist denn da unten? Ist das da Blut? Ja, geh mal aus dem Weg hier, weißt du? Was, 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 was ihr mal hier rumstressen müsst? Oh, da ist ein bisschen was los da unten. Was? Was ist Maratensaft? Hm. Du musst nicht anklacken, ob ich? Was können weis denn hier? Oh Gott, wie sieht's hier aus? Das war jetzt die Nebenquest Ja, die ist unten Ja, dann müssen wir hier runter Machen wir die zuerst, ja? Ich glaube, das sind sogar beide Ja, doch, die rote ist auch Und die würde ich nicht runterspringen Ja, versuchst du mal, ne? Das heißt Das heißt, es ist schon YOLO YOLO Da kannst du auch mal runterspringen Soll ich mal machen? Ja, ja, YOLO YOLO, weißt du ja Okay, warte, ich mach einmal Ich fang dich auch auf, ja? Mach mal ne Fackel Auf meinen Kopf, toll Okay, okay Ich komme Wuhu Geil, ey, oh, sorry Also ich mach jetzt keine Mund-Gund-Bartmung, ey Uh, kannst du nochmal schon sterben, bitte? Was ist das denn, ey? Oh, hier ist noch ein paar Hallo Jungs, hier ist ein superlässiges, exotisches Stockmesser Hier, hier ist es Nur meine Probe Ja, ich muss nur Oh, Hilfe, Hilfe Wo ist er denn? Boah, krass Ich seh's auch nicht Wo, wo bin ich es? Es war alles so dunkel Ich dachte, ich war gestorben Bin ich denn hier? Ich bin einfach mal langgelaufen Ey, Lukas, wo war nochmal das exotische? Warte, ich zeig's dir Hier bei der Tür Ach so, ich hab's schon Hier ist noch ein Plan Hier ist noch eine Marrete Die gar nicht mal so scheiße ist, muss man Hast du einen Plan? Ja, hier, hinter Du hast einen Plan? Ja Halt's ab Ich hab einen Plan Plan vom Leben, ey So Plan von nix Das ist auch viel Immerhin Ja Also gut, dass wir gerade in dieses Zeug da reingelatscht sind Da, wo dieses komische Zeichen ist Mit, ähm, verseuchen und so Das ist exotische Stockmesser Ich will mal sagen, bevor wir den Tunnel weiter erforschen Machen wir kurz eine Aufnahmepause, ja? Äh, oh, jetzt bin ich da gerade bei Zombies Was scheiße, wir machen jetzt eine Aufnahmepause? Jo, äh, und dann Na, warte mal, du, jetzt kommen die und töten wir noch Töten wir jetzt echt noch, ja Ey, komm mal hin Die, holen wir noch schon So, hm? Boah, shut the fuck off now, hä? Was, was, was hast du Mund auf, hä? Was hast du Mund auf? Hörst du mich nicht so dumm an Hm? Hörst du mich nicht so dumm an Warum geht der Kopf nicht ab? Oh, sorry, ich war, also ich war gerade ein bisschen im Blutrausch Ich hab mal abgekriegt Ja, komm, Angeber, ey Also dann bis zum nächsten Part hier in dem Angeberpart, ja? Und dann, äh, haut rein, tschüss Und bis zum nächsten Mal At the next time, mwaaah Tschö Haut rein